Ich hatte von Anfang an einen guten Draht, sagen wir mal einen sehr guten Draht zu ihm. Diese Suisse wunderbar, da habe ich gesessen, 34 Tore. Und dann gab es eine Geldstrafe für ihn. Mein Name ist Stefan Kutschke und das sind meine Top 3 Mitspieler. Bas Dost in Wolfsburg, der hatte mal alte Coppa Mundial an. Dann hat er in seinem holländischen Dialekt gesagt, diese Suisse wunderbar, da habe ich gesessen, 34 Tore. Und irgendwann wurde es ihm verboten, diese Schuhe zu tragen. War dann auch der Grund dafür, hat er mir gesagt, warum er sich verletzt hat. Zur Nummer 2, auch wieder Wolfsburger Zeit, Marcel Schäfer. Ich hatte von Anfang an einen guten Draht, sagen wir mal einen sehr guten Draht zu ihm. Ihm konnte ich dann auch das erste Turm-Defi-Pokal vorbereiten. Aber viel wichtiger fand ich, er sollte mir immer Geschichten erzählen von Felix Magath. Und die wollte ich unbedingt wissen, aber diese Geschichten, ich weiß, dass das jeder hören will, aber diese zu erzählen, dann kriege ich dann vielleicht Probleme. Aber da habe ich ein Highlight, Kevin de Bräune. Und wir sollten zwei Runden um den See in Wolfsburg auslaufen. Und Kevin ist nur eine Runde gerannt und ist danach in die Katakomben verschwunden. Und dann gab es dann später die Nachfragen, warum er nur eine Runde rennt. Und dann gab es eine Geldstrafe für ihn. Da hat er gesagt, okay, das ist kein Problem. Er soll neunmal diesen gleichen Betrag nochmal bezahlen, weil die anderen Läufe macht er dann auch bloß eine Runde. Aber wenn ein Spieler dir am Wochenende deine Punkte und Siege bringt, dann hast du wenig Gegenargumente. Das waren meine Top 3, Bas Dost, Marcel Schäfer und Kevin de Bräune.